Als ich vor 20 Jahren studiert habe, da hat man noch nicht so viel in der Sprachtechnologie, in der Computerlinguistik wirklich implementiert, sondern viel theoretisch gearbeitet. Und die klassische Computerlinguistik hat sich in der Theorie aus der klassischen Linguistik bedient. Und theoretisch unterscheidet man bei der Sprache zwischen drei Ebenen, ganz unten der Syntax, quasi dem grammatischen Gerüst, darüber der Semantik, der Lehre von der Bedeutung und darüber der Pragmatik. Und was ich immer besonders spannend fand, in den einzelnen Bereichen mir anzugucken, was sind interessante Fälle? Zum Beispiel kann man syntaktisch gesehen Sätze machen, die aber semantisch gar nicht viel Sinn ergeben. Man kann zum Beispiel sagen, ich schlafe grün. Das ist ein wohlgeformter Satz des Deutschen, aber er bedeutet erstmal nicht viel. Man kann natürlich sich überlegen, was er bedeuten könnte. Und in der Semantik zum Beispiel, um nur ein Beispiel rauszupicken, kann man sich überlegen, wie eigentlich die Bedeutung von Nomen und Adjektiven sich miteinander verbindet. Und das wurde dann mit formaler Logik modelliert zum Teil oder auch mengentheoretisch. Und so kann man zum Beispiel sagen, ein roter Elefant, das ist ein Objekt, was in der Schnittmenge der Elefanten und in der Schnittmenge der roten Dinge liegt. Ein kleiner Elefant wiederum liegt zwar in der Menge der Elefanten, aber eigentlich nicht in der Menge der kleinen Dinge, sondern eher in der Menge der großen Dinge. Und ein angeblicher Elefant liegt überhaupt nicht in der Menge der Elefanten, sondern eigentlich in der Menge der Dinge, die Elefanten sein könnten. Und so hat man versucht, Sprache wirklich sehr detail, jedes Wort sehr im Detail zu modellieren und die Bedeutung zu verstehen. Aber, das kann ich schon jetzt sagen, das Ganze hat nie wahnsinnig gut skaliert. In der praktischen, angewandten Sprachtechnologie geht man ganz anders vor. Und als letztes noch ein Beispiel aus der Ebene der Pragmatik. Das ist der Klassiker. Wenn ich sage, kannst du mal das Fenster öffnen? Oder wenn ich sage, können Sie mal das Fenster öffnen? Dann möchte ich nicht als Antwort hören, ja, kann ich, sondern dann möchte ich natürlich, dass Sie zum Fenster gehen und es aufmachen. Das ist gar keine Frage, auch wenn es formal eine ist, sondern eine höflich formulierte Aufforderung. Und wenn wir uns die wirkliche, praktische Sprachtechnologie angucken, dann werden wir sehen, dass wir dort immer einen Trade-off haben zwischen Kontrolle und Performance. Man kann das fast als Regel formulieren. Ja, also je flacher wir modellieren, umso besser funktioniert es und je detaillierter wir kontrollieren wollen, was passiert, umso schwieriger ist es. Das ist wirklich so ein Trade-off zwischen Skalierbarkeit und Performance. Das ist wirklich so ein Draughtger إ und stark, aber auch ein R outside zu werden. Du bist die Schrift, ja, jur du erst im Geh典ịte. Du bist das Kai im Hintergrund.